hallo leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge von resident evil 7 bei johannes container im bosch sieht ich bin bei johannes betteln an dem fix ist so es geht los wieder mit horror feeling ich bin jetzt die zusatzinhalte und zwar also nicht alle zusatzinhalte sondern nur zwei hörst zwei gespielt haben drei 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 das filmmaterial dann jack's 557 geburtstag und eason muss sterben und jetzt not a hero meine story monate lang haben wir drauf gewartet jetzt ist sie da denn easons kampf ist schon vorbei aber es gibt noch ein letztes problem zu lösen und diese aufgabe fällt mir zu eine veteran im kampf gegen bioterrorismus ja man bist du bereit los geht's ich habe mich darauf geklickt weil ich angst hatte dass ich irgendwas trigger herunterladen ja steams installiert wird das eigentlich auch aufgezeichnet oder läuft es im hinderung immer noch das spiel ich weiß es nicht ich glaube wir haben ein problem warte 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 ach so da oben wir können auch mit schnitten arbeiten ich würde es trotzdem verwenden ja das ist so geil aber wenn es denn gedauert schneiden wir es bitte mit facebook einführen ich dachte dafür gab es ein update fuck ich glaube du musst es nochmal beenden und über steam runterladen ja ich würde sagen wir sehen uns nach einem kurzen cut bis gleich alter was für ein pain so nach diesem cut geht es hoffentlich weiter es geht überhaupt erst mal los auf los los ähm ich habe gerade das beschissene spiel synchronisiert und du hast die gameaufnahme nicht drin dann halt nochmal ja ich gucke ich habe es immer auch so dass ich dahin gucke wenn ich in die kamera sprechen will aber die kamera ist da ok die synchron ist schwer kannst du zwei machen ok soll ich oder machst du so beenden neues spiel ok beenden neue neue spiel vielleicht kannst du diese synchron nochmal rauskarten und dann den anfang nochmal reinsteigen wie das ja klar ok jetzt geht es ja richtig los mit NOT A HERO ich wollte gerade sagen Ethan muss sterben aber es ist ein anderes DLC chris muss Ethan töten wir sind keine keine helden not a hero not a hero not a hero christian hier christian ist kein held weiter gehts wir machen es auf einfach mach es aber nochmal also so ist das der Bruder als der ist der Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Das ist doch der Sohn aus der Familie. Ja, der Bruder. Das ist doch nicht der Bruder von Chris? Nein, der Bruder von der Zoe. Ja, das hat er ja. Aber es geht jetzt haussichtlich um Chris, deswegen nicht um so. Deswegen gehe ich jetzt auch rein, das ist der Bruder. Also der Bruder, das ist der Bruder von Chris. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohl auf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Wie? Bing, bing. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Ja klar, hallo. Haben wir nicht mehr. Ja, okay. Ja, ich mach nochmal die Steuer hoch. Ja, 2, 3, 4. Ja, das ja. Und ansonsten gehen die ASD eben aus, ist ja klar. Du. Wie langsam geht der? Leit. Ich hab, hä? Was ist das denn passiert? Keine Ahnung. Du. Ich drücke Shift und W zum Sprinten. Doch, das ist Sprinten. Ja, aber das kann nicht Sprinten. Ach so. Das ist genauso schnell. Das ist genauso schnell. Ähm. Ach, nicht. Stollen war ja halt. Das sehe ich, du. Das ist schlicht. Alter. T-Backen geht, ja, ja, ja. Waren wir nicht? Ja, wir sind auch hier mit diesen durch. Das kommt ja einfach vor. Ja, aber hier der Tunnel genau. Ich müsste, wir alle fein weggemacht haben, aber. Naja. Stille. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Hör dran. Oh, oh, oh. ja ich komme ich habe das war so klar wir müssen zu uns aber er hat noch gab ihn ganzes Team er hat jetzt allein wir haben plötzlich alle weg ich weiß nicht welche wechseln ob die wechseln mit denen er jetzt gelandet ist oder andere Leute ich glaube das erste Team wir sind das zweite Team quasi was ist das gut? die zweite Wahl? äh der ist ja mit der großen Banker kein Schuss verfehlt das ist gut was man weil die Munition die bleiben sage ich das Labor ist gleich da vorn was war es was Lucas hier unten wollte wir analysieren noch die Daten aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutermycet hoffen wir die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden wahrscheinlich doch was war denn das Typ E? das war noch wahrscheinlich irgendwas mit Zombies da gab es ganz viel viele verschiedene Typen ja wir haben halt die alten Resident Evil Teilen gespielt Schande über uns ja auch in der wir sind kein Helm in der Original Story da gibt es glaube ich mehrere Typen hauptsache wir müssen die kleine Kinder töten die ist ja schon tot ja die alte Dame im Kreis gehen wir warte mal haben wir den Wagen nicht erst runter geholt in der Story und dann unten irgendwie die Holzhand geöffnet am Ende der Gleise ja 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 da gab es links noch einen Tunnel also hinter dir links da gibt es glaube ich noch einen Weg ach so ja glaube ich dachte wir kommen hier raus dann kommen wir da raus ja okay ja ich habe gerade ich dachte wir kommen hier raus da sind ja auch noch ja ja wir haben schon länger nicht über die Spiele schade dass keine Muni zum Ausdruck sie haben sie haben dieser verdammte Riesen weißt du was hier theoretisch ne kann nicht mal passieren ne kann nicht mal passieren kann nicht mal passieren aber dieser verdammte Riesen hat die ganze Munition genommen so ein Schlafloch nur um seine Frau wieder zu finden 2 Magazine das ist ein Shotgun oder? das sieht danach aus das muss ein Shotgun sein das macht doch keinen Sinn geht ans Inventar und guckt die Munition an E? oder I? keine Ahnung I? ja das ist ein Shotgun Arznei Spitzer ok und wir haben Granaten ja Granaten aber was haben wir denn hier mein Bruder viel Spaß Operation lauernde Furcht Mission zählt extrahieren sie Lucas Baker Ort Delvey, Louisiana, USA Baker anwesend Gefahren wie moldet Alpha Variante andere Antipersonenfallen teilweise tödlich ich hab's wohl wissen teilweise Hinweise aufgrund des magischen Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezifist an Mission teilnehmen neueste Info zum Einsatzort neueste Informationen haben bestätigt dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker anwesenden verschanzt hat Profil Lucas Baker der mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation die Connections heute nicht bestätigt hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation das war die Fucking Company wir haben das Telefon gegangen ist der hat doch da grad eben Telefon Fucking Company ja aber das war das das ach ja 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 Profil die Connections kriminelle Organisation die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Markturteile und Mitglieder wir sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker an dem präsent und aktiv oder Aki ja es muss sagen Lukas Baker scheint sich zu überwachen und über ihre Aktivitäten Berichte zu erstatten ähm kann es jetzt also sein dass unsere also die Frau von Eden ja für diese Organisation gearbeitet hat könnte auch sein ja wenn die sagen hier sie sind für das Modell Evelyn äh zuständig also die Connections und es hieß ja dass dass sie mit ihrem Partner auf die Evelyn aufgepasst hat das heißt unsere Frau von Eden das ist ein Miststück die ist kriminell Alter wir haben eine kriminell geheiratet ach du scheiße ähm und da gab es noch was Umbrella's Ziele Umbrella Umbrella ach so eh eh Umbrella für viele von ihnen ist dies ihre erste Mission bei uns darum möchten wir klarstellen wo oft wir bei Umbrella aus sind obwohl die unsere Mitarbeiter von dem berüchtigten Farmeriesen Umbrella stammt ist ist unser Ziel die Untaten wieder gut zu machen die unter dem Namen Umbrella begangen wurden aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet das ist bestimmt viel besser ja ich hab da voll zu vertrauen in die wir werden nicht nur jeden Aufhalten die Biowaffen entwickeln oder verkaufen sondern auch diejenigen die solche Formen unterstützen wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufbauen und indem wir den Namen Umbrella beibehalten zeigen wir dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen bleiben sie bitte im Gedächtnis dass sie diese Verantwortung bei jeder Person mit sich tragen so ich hab die Spiele nicht gespielt ne aber das kann man nicht mehr als Mist das ist das ist das ist das ist der erste okay das ging schnell hier so Blatter bitte hier so hier so hier so hier so hier so was so ich werde dich hier raus bekommen Lass mich es ist zu spät wir kommen beide hier raus total was das wird nicht passieren das würde ich nicht tun wenn ich du wäre du kannst natürlich versuchen das abzunehmen aber davon würde ich abrachten meine Hand könnte ausrutschen und dann stopp ja ups hehehehe also es läuft so Chris du folgst mir nicht und ich lass in deinem Kopf nicht an die Decke hüpfen auch und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde adios muchachos hehehehe scheiße ich detektiere Spuren in der Luft Typ E Mutambycet der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank ähm äh du musst irgendwo äh ah was ist das was was muss ich machen ich weiß es nicht ich muss hier raus ne dein Sauerstofftank ist auf 50% was ist das für ein Sauerstofftank hehehe äh äh was muss ich machen keine Ahnung ich muss hier irgendwann sicher bringen anscheinend bist du nicht kontaminiert geh zurück und lass die Woppa an deinem Arm entschärfen keine Zeit will dem Arsch keinen Vorsprung geben verstanden sei nur vorsichtig ich will da noch ruck es rein wenn es geht ich will gucken ob ich nicht irgendwas zu verpasst habe du musst nur nicht die Orientierung verlieren ja bei 50% hau ich ab bei 50% hau ich ab äh sieht nicht alle aus schade ok raus jetzt aber was ist das denn für dein Sauerstofftank ist auf 50% jaaa es wird jetzt wahrscheinlich noch häufiger kommen so ne scheiße was ist das für ein äh Sauerstofftank der hängt ja gar nix aus ja schon wieder dieses Zeug ja schon wieder dieses Zeug ich werde dich verarschen toll nein jetzt kann ich noch laufen aber jetzt muss ich noch fein noch machen ne nein wie wir uns dachten ja auch zu ja auch zu ja 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 falls du ihn rufen musst dein Sauerstofftank ist auf 50% ja ich tanke erstmal Luft bevor du da ja ich tanke erstmal Luft bevor du da ja ich kann nicht kann ich auch nicht dann ja gut warum konnte ich ja Luft tanken ne ne nochmal rausrennen Chris wir haben jetzt die von Lucas abgefundenen Daten analysieren wie wir uns dachten der Mistkerl hatte Statusberichte über Evi an die Connections geschickt finde ihn und mach ihn dingfest das darf sich nicht wiederholen ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren Chris wie oft denn noch die BSA ist vielleicht überzeugt wenn nicht wäre ich nicht hier ich muss mich erstmal dran gewöhnen mit Umbrella zu arbeiten ich weiß es muss schwer sein und um ehrlich zu sein viele waren bei uns bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten aber jetzt ist fast nur der Name übrig konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort wenn du zurück bist ok klar wie du meinst ich würde mich doch verarschen die sind bestimmt immer noch dieselben Drück für Drück ja gut ich glaube viele von denen sind ja gestorben ja von diesen aus dem man braucht alle halbe Zombies aber ich kann mich ähnlich mit den Spielen aus aber wie ich entscheidend sagen das ist ein Pult wo du irgendwas machen kannst was ein Pult ja ja da kannst du irgendwas machen ja guck dich jetzt vielleicht nochmal um oder ja hoch speichern das sah so das speichern auch früher aus ich weiß es nicht mehr doch noch das ist zwar nur ein halbes Jahr her aber pssst wie lang machen wir denn eigentlich so die Folgen eigentlich immer noch so 20 Minuten 5 also jetzt haben wir schon 16 halb Videos noch ein halbes Jahr plus Intro plus Outro ist erst oh nein schon wieder dieselbe Kacke ja vergeht man vergisst so viel Scheiß aus dem Spiel aber sowas Alter vor sich jetzt haben wir da wir können oh Gott wir können mehr wir werden hier häufiger wieder auftauchen wir werden wieder ab und zu mal überlaufen nach da laufen und immer wieder hier kommen und immer wieder hier kommen und immer wieder hier kommen nach da oben oh ok ähm also mit R oder ja habe ich ja gar nicht ich drücke rechtsklick linksklick klicken wir uns das einzelne Item drauf wenn du dann diese Aussagen hast nimmst du den Pfeil ja da steht er bewegen ja dies ist komisch so ich würde sagen weil das ist eigentlich wirklich der perfekte Punkt so ja das ist für ein riesen Tunnelbaumachin die Falle Alter was war das für ein Anwesen das war ein U-Bahnbau nein ich meine das war dieses Baker-Anwesen wo haben sie verdammte mal gebaut die wollten eine U-Bahn haben ich glaube die waren sehr bekannt vor was die mal U-Bahn Alter aber gut war das nicht immer ne Bergwerk vielleicht war das 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 ist das Bergwerk ja glaube ich meine das war ja so ein Bergwerk und dann hatten wir vielleicht sowas halt für das achso ja gut dann gehts weil ich das hier sehe denke ich das gleich alles hoch geht wenn ich da mit dem Knopf drücke das wirkt nicht sehr vertraut dann gehts weiter rein ja dann erstmal speichern hast du doch gerade schon ja aber ich habe nicht mehr Sachen reingetan weißt du du kannst da greifen ja und dann gehts weiter dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann spielt Mario und dann machst du alles fertig du weißt ja hier immer schön messern und das ist vielleicht nicht nein bis der nächsten Folge tschau 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 tschau